Da draußen ist ja so einiges im Umbruch. Wir kommen jetzt aus zwei Jahren Pandemie, die für einige Unternehmen schon wirklich existenzbedrohend waren. Aber es geht der ganze Mist ja noch weiter. Energiekrise, Inflation, unterbrochene Lieferketten und, 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 und. Welche Lösungen es für diese Herausforderungen gibt und warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese Herausforderungen anzunehmen und wirklich heranzugehen, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Und seien wir mal ehrlich, die letzten 10 bis 15 Jahre liefst du eigentlich ganz gut. Handwerksbetriebe hatten volle Auftragsbücher ohne jeglichen Vertriebsprozess. Denn der Kunde ist ja froh, überhaupt einen Handwerker zu finden. Und auch die Preisgestaltung war ja einfach. Bauchgefühl plus 30 Prozent, dann bleibt sicher was hängen. Der Kunde hat sehr bezahlt. Aber jetzt kommt da draußen der große Knall. Die Party ist leider vorbei. Durch die Zinserhöhungen bei den Krediten und die Inflation können sich die Verbraucher einfach weniger leisten. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Und die Bauindustrie spürt das bereits ganz deutlich. Also mit der Bauindustrie auch die ganze baunahe Handwerkerschaft. Die Aufträge reichen es sicherlich noch ein paar Wochen, aber dann wird es schon deutlich dünner. Ich habe also mit vielen Dachdeckerbetrieben und so weiter gesprochen gehabt. Die haben das schon wirklich deutlich gespürt, dass die Auftragsbücher nicht mehr so dick sind, wie sie schon mal waren. Dazu kommt eine ganze Reihe von weiteren Unternehmen, die auf einmal unter die Anwendung von blöden Gesetzen fallen. Zum Beispiel das Lieferkettengesetz oder genauer das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das ist eigentlich ein Gesetz, was den Sinn hat, dass wir prekäre Arbeitsverhältnisse in bestimmten Ländern genau und genug benehmen und das Unternehmen Sorge dafür tragen, dass in ihren Lieferketten Mindeststandards an ein menschliches Leben und Arbeiten eingehalten werden. Und das, was vorher nur für ganz große Unternehmen galt und den Sinn hat, wirklich diese menschenverachtenden Arbeitsbedingungen zu unterbinden, wird jetzt schrittweise abgesenkt. Also ab dem 01.01.2023 gilt es für Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Aber ab dem 01.01.2024 schon für Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Und glauben Sie ja nicht, dass es dabei bleibt. Und es wird schrittweise abgesenkt, bis nahezu der gesamte Mittelstand diesem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz unterworfen ist. Und damit haben auch Sie als Unternehmer weitere Pflichten, die muss ja jemand schließlich bearbeiten. Man muss sich diese gesamte Lieferkette wirklich anschauen, das dokumentieren und nachweisen, dass dort auch entsprechend alles in Ordnung ist. Und ähnlich wie das mal bei dem Mindestlohn war. Denken Sie mal dran. 2015 gestartet mit 8,50 Euro, um wirklich prekäre Arbeitsverhältnisse in geordnete Bahnen zu bringen. Ab dem 01.04.2023 liegt er bereits bei 13 Euro. Das ist eine Steigerung von 53%. Ob auch die entsprechende Produktivität und die Wertschöpfung um 53% wirklich gestiegen ist, das müssen Sie sich selbst überlegen. Und zwar ist diese Steigerung vom Mindestlohn durch eine politische Entscheidung getroffen worden. Und nicht als Ergebnis einer tarifvertraglichen, innerbetrieblichen oder marktwirtschaftlichen Verhandlung und Konsensfindung. Die Versorgung mit Material und Zulieferteilen wurde ebenfalls schwieriger. Hat man vor der Pandemie bei seinem Großhändler angerufen, konnte man sicher sein, dass das gewünschte Material relativ schnell bei Ihnen im Werk oder in Betrieb war. Und heute gibt es aber halt oft ein Schulterzucken und ja, dauert vielleicht in sechs Wochen oder vielleicht aber auch erst in einem Jahr. Wenn Sie an bestimmte Fahrzeuge denken, dauert es bis zu einem Jahr, bis die liefert werden. Also, sind wir uns einig, die Zeiten für Unternehmen werden rauer. Und das sind aber alles Faktoren in Ihrer unternehmerischen Umwelt. Die können Sie ja nur bedingt beeinflussen. Aber was Sie beeinflussen können, ist die andere Weise, wie man auf diese Änderungen entsprechend reagiert. Man kann zum Beispiel Abwanderung sein. Ich kenne genügend Unternehmer aus dem Mittelstand, die einfach sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr. Die sperren den Laden zu und gehen ins Ausland. Weil sie einfach keine Lust mehr haben, dass sie ständig irgendwo gegängig werden von irgendwelchen Entscheidungen, die sie betreffen, aber die sie niemals mitentschieden haben. Und wenn Sie aber jetzt hier familiäre oder andere Verpflichtungen haben und eben nicht einfach zusperren wollen oder können oder abwandern wollen, dann müssen Sie wohl oder übel auf diese Krise ja irgendwie reagieren. Ich bin ja selber Unternehmer und deswegen habe ich mich entschieden, mit verstärktem Prozessmanagement auf diese Veränderungen zu reagieren. Also wirklich systematisch zu hinterfragen, wie ich meine betrieblichen Abläufe so gestalten kann, dass die Arbeit leicht von der Hand geht. Damit weniger für die Katze gearbeitet wird. Damit die Zeit wirklich produktiv genutzt wird. Und damit die Wertschöpfung wirklich angemessen zur aufgewendeten Arbeitszeit ist. Und damit auch ein Mindestlohn wieder Sinn macht, weil eben tatsächlich für die 13 Euro in der Stunde entsprechende Wertschöpfung betrieben wird. Und wenn da draußen in der Umwelt schon das völlige Chaos losbricht, dann will ich doch wenigstens Ruhe in meinem eigenen Unternehmen haben. Also Prozesse, die funktionieren, ohne ständige Rückfragen oder irgendeinem ständigen Hinterherrennen. Ohne diese ständigen Feuerwehr- und Lösch-Einsätze, weil wieder irgendwas schief lief. Mit Mitarbeitern, die echt Bock drauf haben, die gesetzten Prozessziele zu erreichen. Die Verantwortung für ihr Tun unter übernehmen und nicht die Zeit nur da absitzen und am Ende des Monats dafür einen Betrag überwiesen kriegen. So organisiere ich mir das mit klaren Prozessen. Weil wenn nicht jetzt, ja wann denn dann? Und wenn Sie dieses Video ebenfalls nachdenklich gestimmt hat, dann Daumen hoch dafür. Und wenn Sie ebenfalls Prozessmanagement wirklich einführen wollen und damit durchstarten wollen, dann abonnieren Sie den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.